Aufblick, der Präsident hat auch die Jacke angezogen. Aha. Sieht wieder aus? So, wir sind live und Hubert, du hast das Wort. Ach, man sieht auch die Namen, ja. Hubert, du hast das Wort. Ich begrüße Sie alle, die sich bisher eingeschaltet haben. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass dieser Vortrag und die dazugehörigen Diskussionen auf Livestream übertragen werden. Liebe Freunde unseres Vereins, liebe Mitglieder. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an dieser bemerkenswerten Veranstaltung mit einem bemerkenswerten Gast zu dessen bemerkenswertem Buch. Das Dreifachbemerkenswerte beginnt damit, dass die Chronik des Deutsch-Griechen-Vereins Philadelphia aus dem Jahr 2001 folgenden Satz enthält. Ich zitiere. Neben Treffen mit geselligem Charakter gehören seit Frühjahr 1995 auch Vorträge und andere kulturelle Veranstaltungen zum Programm. Den Auftakt dazu bildete ein Vortrags- und Diskussionsabend mit Professor Dr. Hagen Fleischer, Universität Athen, über Griechenland im Zweiten Weltkrieg. Ein Rückblick nach 50 Jahren. Das heißt, wir feiern praktisch ein 25-jähriges Jubiläum. Hagen Fleischer wird ja Österreicher aufgeführt, wohl weil er in Wien geboren wurde. Dabei wird verkannt, dass Wien im Januar 1944 zum Großdeutschen Reich gehörte. Seine Mutter ist mit ihrem Kind dann in ihre Heimat nach Budapest gezogen und danach haben sie sich immer flussaufwärts in weiteren Städten an der Donau niedergelassen. In Donauwörth, in Höchstadt und schließlich in Ulm, wo sie dann gelandet sind. Aber dann ist er der Donau untreu geworden und zog ins Allgäu, wo er in Kaufbeuren das Gymnasium besuchte, etwa zehn Jahre, nachdem ich dort mich mit der Anabasis vom Xenophon herumgeschlagen hatte. Wir hatten sogar noch den einen oder anderen gleichen Lehrer. Kurz zur weiteren Biografie von Hagen Fleischer, wie Wikipedia steht. Fleischer studierte Geschichte und Publizistik an der Freien Universität Berlin, wo er 1977 promoviert wurde. Seit 1977 lebte er in Griechenland. Seit 1985 besitzt er neben der Deutschen die griechische Staatsbürgerschaft. Er war als Korrespondent für verschiedene deutsche Zeitungen tätig. Als wissenschaftlicher Arbeiter war er für die Akademie der Wissenschaften in Athen tätig. Von 1981 bis 1991 unterrichtete er an der Universität Greta und gehörte von 1987 bis 1988 als griechischer Vertreter der Internationalen Historiker-Kommission zur Waldheim-Affäre an. Das Buch, das wir gleich zeigen werden, enthält übrigens ein ausführliches autobiografisches Kapitel, in dem Sie mehr über den beruflichen und persönlichen Lauf von Hagen Fleischer erfahren können. Sie sehen jetzt das Umschlagsbild mit dem großen Titel Krieg und Nachkrieg und darunter der Untertitel Das schwierige deutsch-griechische Jahrhundert. Und es verwundert, dass Hagen Fleischer sich nicht nur über den Zweiten Weltkrieg, sondern auch über die deutsch-griechischen Verhältnisse vor dem Zweiten Weltkrieg, praktisch ab dem Ersten Weltkrieg befasst hat. Das Buch, nein, hier noch eine Bemerkung zu dem Titelbild. Es handelt sich nicht um griechische Zwangsarbeiter, die von den Deutschen bewacht werden, sondern es handelt sich um deutsche Kriegsgefangene, die von wahrscheinlich an Daten, das heißt von Guerillakämpfern des griechischen Widerstands bewacht werden. Die zum Teil bisher nicht veröffentlichten Texte von Hagen Fleischer werden hier zum ersten Mal veröffentlicht in übersetzter Form. Das Buch enthält eine gesamte Bandbreite seiner Forschung und nicht nur das. Auch die nicht immer zustimmenden Reaktionen verschiedener betroffener Seiten. Und schließlich ganz am Ende sozusagen sein Kontakt zum Bundespräsidenten Gauck, den er dazu veranlasste, die Bitte an das griechische Volk zu richten, den Deutschen zu verzeihen. Im Zusammenhang mit diesem Staatsbesuch von Bundespräsidenten Gauck wurde auch im Anschluss daran der sogenannte Zukunftsfonds des Auswärtigen Amtes gegründet. Und da komme ich auf unseren zweiten Referenten, nämlich auf Dr. Valentin Schneider, der in Frankreich und Großbritannien studiert hat, wo er sowohl in Geschichte als auch in Politikwissenschaften promoviert ist. Er leitet seit 2018 an der Nationalen Griechischen Forschungsstiftung das Projekt Datenbank der Deutschen Militärischen und Paramilitärischen Einheiten in Griechenland 1941 bis 1944. Erst vor einer Woche hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich habe da einen Mann entdeckt im Militärarchiv in Freiburg namens Eichheim. dieser gar nicht sehr weit Verwandte. Siegfried Eichheim war Oberst der Pioniere und hat 1943 im Frühjahr 1943 eine Mission in Griechenland zu erfüllen gehabt, nämlich die Inspektion der Befestigungsanlagen. Und er ist damals nach Kavala gekommen, nach Limnos und sogar nach Greta. Die Familie Eichheim hat bisher von dieser Mission nie etwas gehört. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass nach wie vor dieses Forschungsgebiet von Hagen Fleischer beackert wird, von jungen Leuten, wie beispielsweise von Valentin Schneider. Und damit überlasse ich das Feld unseren beiden Referenzen, Joachim Valentin Schneider, Dr. Dr. Valentin Schneider und Professor Dr. Hagen Fleischer. Bitteschön. Ganz herzlichen Dank, Hubert und vielen Dank an Hagen Fleischer, dass er unsere Einladung angenommen hat, um über sein neues Buch zu sprechen. Und wie Hubert Eichheim schon sagte, bin ich regelmäßig auf Archivbesuchen unterwegs und war auch letzte Woche wieder in Deutschland. Und man bewegt sich auf den Spuren der Historiker-Generationen vor einem. Und zwangsläufig benutzt man natürlich die gleichen Akten. Das heißt, das sind die gleichen Aktenstücke, mit denen ich heute arbeite, mit denen Hagen Fleischer schon gearbeitet hat. Heute ist natürlich eine andere Organisation. Das ist heute das Bundesarchiv. Aber im Prinzip sind es die gleichen Blätter Papier, die jede Generation für sich zur Kenntnis nehmen muss, um sich, naja, diese Geschichte auch, diese Geschichte greifen zu können und begreifen zu können. Und da ist für jeden Historiker, glaube ich, extrem wichtig, die Originalquellen sehen zu können. Und wie das so ist in den Archiven, ändert sich natürlich auch die Organisationsstrukturen innerhalb der Archive. Wie werden solche Akten ausgehändigt an die Benutzer? Heute ist alles digital. Früher wurde das mit Bestellscheinen gemacht in Papierform. Und einige dieser Bestellscheine findet man heute als Teil der Akten abgeheftet im Archiv selbst. Und so zeige ich jetzt ein Dokument. Ich hoffe, das können alle sehen. Ein Benutzerblatt von 1971, signiert von Hagen Fleischer. Das ist ein Benutzerblatt für eine Akte, die die erste Panzerdivision betrifft, die 1943 in Peloponnes studiert war. Und wie das die Forschung so will, ist man nicht nur den gleichen militärischen Einheiten und Ereignissen auf der Spur, sondern auch auf der Spur der Vorgänger-Generation, der Historiker. Und das war für mich ein sehr rührender Moment, zu sagen, vor 50 Jahren hat Hagen Fleischer diese Akte durchgewälzt, durchgearbeitet und hat sich seine eigenen Gedanken dazu gemacht, die damals auch allen anderen Fragestellungen gefolgt ist, als meine eigenen heute. Und man kann nur sagen, Hagen Fleischer war damals eigentlich die erste Generation, die erste Generation der Nachgeborenen, der Leute, die nach dem Krieg auch sozialisiert wurden, die sich dann wissenschaftlich mit diesem Krieg auseinandergesetzt hat. Und vor 50 Jahren war der Krieg gerade mal 26 Jahre her. Und dieses Dokument bezeugt heute quasi, dass Hagen Fleischer schon selbst Teil der Zeitgeschichte ist. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in seinem Buch sehr gut wider, in seinem Buch Krieg und Nachkrieg, in dem er sowohl autobiografische Elemente hat und natürlich die verschiedenen Aspekte der deutsch-griechischen Beziehungen, aber alleine durch den kritischen Apparat, wie man sagt, nämlich die Fußnoten. Wenn man sieht, wie viele Akteure und auch Entscheidungsträger dieser Zeit, Hagen Fleischer selbst interviewt hat, Zeitzeugeninterviews geführt hat, schon zu einer Zeit, wo diese Leute alle noch unter uns waren, da muss ich sagen, aus meiner Perspektive, wenn diese Arbeit nicht gemacht worden wäre damals, wäre es für uns heute unmöglich, das zu machen, weil diese Leute alle mittlerweile verstorben sind. Und für unsere, für die jüngere Generation der Historiker, die Zeitzeugen, die wir interviewen können oder interviewen konnten, sind oft Leute, die zur Kriegszeit sehr jung waren, oft einfache Soldaten, manchmal auch Jugendliche oder Kinder. Und man kriegt natürlich auch ein Gefühl für die Geschichte, aber diese Sicherung der Informationen durch die Generation von Hagen Fleischer und durch die Arbeit von Hagen Fleischer persönlich ist heute ein ganz wesentlicher Bestandteil der Historiografie und der Bibliografie, ohne die wir unsere Arbeit heute nicht machen könnten. Und deswegen ist natürlich ein solches Buch ein wichtiger Leitfaden und auch schön, das alles in dieser Form nochmal rekapitulieren zu können. Und ja, Hagen Fleischer, vielleicht als Frage, es war ja auch ein Bedürfnis für Sie, glaube ich, dass einige Ihrer Publikationen nun auch in deutscher Sprache erscheinen sollten, weil dieses Thema für Sie im deutschsprachigen Raum unterbeleuchtet war und auch noch ist. Ist das Ihre Meinung? Ja, das stimmt völlig. Also damals war es stockduster beinahe, also nicht nur unterbeleuchtet. Mittlerweile ist es doch recht gut beleuchtet. Jedenfalls habe ich das mit einer gewissen Nostalgie, das Dokument gesehen, das wir gerade gezeigt haben. Die 50 Jahre sind noch nicht ganz um, im September sind die um. Aber damals habe ich zur jungen Generation gehört und deswegen die Nostalgie, ja. Und, aber ich war so ein bisschen der Exot damals, ja. Also man hat also deutsche Besatzungen in der Ostfront, ja, oder dann irgendwelche in Frankreich ebenfalls, ja. Aber Griechenland, das war ja klassisch, also als ich zum Schrecken meines Doktorvaters das Thema meiner Dissertation etwas weiter nach Süden verlagerte, von Besatzungen in Dänemark zur Besatzungen in Griechenland und mein Doktorvater, der Skandinavist war und der überhabilitiert hatte über Quisling und der Bogen, der war außer sich und meinte, das ist also um Himmels Willen, Sie ruinieren Ihre Karriere. Was wollen Sie damit? Und da gibt es eine Diktatur, ja. Ich sage, das weiß ich. Also über die Diktatur bin ich also zu Griechenland gestoßen und über meine, weil ich bei einer Antikunta-Demonstration in Berlin meine spätere Frau kennengelernt habe, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen meinte er auch, na, heiraten Sie das Mädchen, aber lassen Sie doch, setzen Sie nicht Ihre Karriere ausspielen. Und wer interessiert sich für Griechenland? Das ist eine Fußnote. Und tatsächlich, also, was mich immer erschüttert, also die in den Lehrbüchern zur Geschichte, in Gymnasien, in Lüzeien und so weiter, Griechenland war an sich mit zwei Halbsätzen abgehandelt, ja. Also im April 1941 war die Wehrmacht gezwungen, in Griechenland einzumarschieren und in Jugoslawien, um die Flanke für die spätere Operation Barbarossa gegen die Sowjetunion abzusichern, ja. Und dann wieder im Herbst 1944, da die Rote Armee, also einen im Dominosystem, einen der Satelliten nach dem anderen umwarf und in Rumänien einmarschiert, in Bulgarien einmarschiert, war die Wehrmacht wiederum gezwungen, Griechenland zu verlassen. Also die arme Wehrmacht, die hat das nie aus eigener Initiative gemacht, die war immer gezwungen, wegen irgendwelchen anderen, mal waren Italiener schuld, da sie sich also die Nase verbrannt haben in Albanien, an der albanischen Front. Und an sich waren das nette Leute, die also eben einmarschieren mussten, abziehen mussten. Aber was sie dazwischen getan haben, in diesen dreieinhalb Jahren, das findet man nicht. Also was haben die sich fotografieren lassen vor der Akropolis, ja. Da gibt es massenhaft solche Bilder, ja. Ich dachte zuerst, ob ich vielleicht so ein Bild als Titelbild nehme, aber das war mir dann doch ein bisschen zu banal, ja. Ja, hat diese Verdrängung, diese Verdrängung der Deutschen, dieses Teils der schmutzigen Geschichte des Zweiten Weltkriegs auch mit der Idealisierung Griechenlands zu tun, auch mit diesem antiken Ideal, dass man dieses Bild aufrechterhalten wollte und nicht das auch noch beschmutzen musste jetzt mit der Wehrmacht-Geschichte. Ja, das ist jetzt genau. Ich habe das gehört, aber wieso in Griechenland? Also Hitler war doch viel alleine und er war doch auf seine Art natürlich, ja. Und da musste man also wirklich Türen aufbrechen, also die waren nicht offen, um die einzurennen, ja. Und war interessant natürlich später auch, als ich dann in der DDR, also ich habe in meinem Buch auch diese verschiedene Aufarbeitung in den beiden deutschen Staaten gehört. Also da war die DDR irgendwie fein raus, weil sie waren also auf der richtigen Seite mit den 999ern, mit den Fahnenflüchtigen und so weiter, die sich dann der LH angeschlossen haben, das natürlich nur ein Promillbereich war. Und vor allem die Griechen, man konnte also so die Fortsetzung waren. Also damals haben sie gegen den faschistischen, imperialistischen Feind gekämpft und dann im Bürgerkrieg wieder, also gegen den, ja. Und das hat andererseits dann aber auch die Forschung also erschwert, ja. Weil irgendwie kam man dann sofort, also, also ich habe dann sehr viele Interviews auch schriftlich also gemacht mit dem General Lanz und so weiter, ja, der sofort dann skeptisch war, weil er zuerst sich also geweigert hat zu antworten, weil er aus meinen Anfragen eine Einstellung herausgelesen hat, die sich gegen den ehemaligen deutschen Soldaten richtete. Und dann natürlich, die FU war verdächtig ein bisschen während der Kunterzeit, weil da wurde oft auch mal Rabatz gemacht und da gab es dann den Teufel und den Dutschke und diverse andere, ja. Und man war immer so gewiss, man musste sich erst mal ja, ich bin kein Agent Boskaus und so weiter. Man muss sich das, man muss sich das nochmal verdeutlichen, glaube ich. Sie haben Ihre Forschung in Griechenland zum großen Teil während der der Runterjahre gemacht. Und ich meine, ich beklage mich heutzutage, dass wir unter erschwerten Pandemiebedingungen forschen müssen und die Aktenlage schwer zugänglich ist, weil Warteschlangen und schwieriger Zugang durch Reisebeschränkungen, aber sie haben quasi in einer Diktatur versucht, an die Akten ranzukommen und waren da natürlich auch gewisserweise auf gut Will der jeweiligen Verantwortlichen, waren sie abhängig von. Und das ist, das zeigt für mich auch, wie schwierig es ist, das Geschichtsbild, das wir haben, das baut sich immer weiter, wie ein Puzzle. Und es gibt halt, man arbeitet mit dem Material, was zu dem jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird oder bereit ist, auch Aussagen zu treffen, zum Beispiel die Zeitzeugen. Man kann ja, man ist ja kein, man ist ja als Historiker kein Gericht, man richtet ja nicht, sondern man ist ja auch auf die Zeitzeugen angewiesen, dass die mit einem sprechen. Und wie Sie ja auch wissen, wenn wir eine Anzeige schalten, morgen in der Griechenland-Zeitung oder in einer anderen Zeitung und einen Aufruf machen für Zeitzeugen, dann melden sich solche Leute, die etwas erzählen möchten. Die Leute, die vielleicht etwas zu erzählen haben, dies aber nicht tun wollen, die können wir auch nicht dazu zwingen. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Oder, interessant ist, wie sie sich manchmal binden. Also ich habe immerhin mit dem leitenden Feldpolizeidirektor für den Balkan, also sehr interessantes Interview gemacht, sogar ein abstechernder Salzbruch, während der Olympischen Spiele in München zusammengeführt, der noch einer der netten Protagonisten jener Zeit war. Aber es gab dann eben auch den Chef des SD und der Sicherheitspolizei, der mir dann in einem relativ langen Brief geantwortet hat, warum er mir nicht antworten kann oder will, weil er so oft also missverstanden worden und so oft. Er war auch in der Todeszelle und hat da auch also geschwitzt, also ob er eventuell hingerichtet wird und so weiter. Später unter der Wessalliiertenherrschaft, ja. Also die, und natürlich dann immer, das ist so lange her, daran kann ich mich nicht erinnern und alles. Augenblick, Helioris Ecclesi Automata. Muss man da irgendwo drücken? Okay. Da kommt hier also eine Schrift rein. Ich weiß nicht, werden wir unter... Da kommt da vielleicht ein Chat. Wir haben 283 Sekunden noch. Naja. Aber das sind die technischen Begabteren anwesend. Das hat mit Ihrem Fernseher zu tun. Ein kleinen Moment. Dann klicken. Epilexte, okay. Okay. Der richtige Mann am richtigen Ort ist zur richtigen Zeit gekommen. Ist das technisch jetzt in Ordnung? Ja. Also wo... Okay. Doch, noch mal irgendwie eine spezielle Nachfrage. Aber das Problem ist natürlich, ja gerade, weil bei den Zeitzeugen, also die, die sprechen wollen, die nicht sprechen wollen oder die sich aufraffen, eventuell auch mal ein Bekenntnis abzugeben, was relativ selten vorkam, aber doch gelegentlich vorkommt. Interessant auch, wenn man jemanden nur aus der Korrespondenz kennengelernt hat und wer dann eventuell beim Berlin-Besuch dann Zwischenstation gemacht hat und sich gemeldet hat und so weiter, ja. Ja. Wenn wir noch mal auf diese Frage der Unterbeleuchtung der griechischen Geschichte, auch der neueren griechischen Geschichte in der deutschen Einigung, in der deutschen historischen Kultur zurückkommen, hat das natürlich auch, denke ich, damit zu tun, dass Deutschland natürlich viele Feinde hatte im Zweiten Weltkrieg und rundherum versucht hat, einen nach dem anderen die Geschichte aufzuarbeiten und da ist dann sicherlich Griechenland auch nicht das erste Land auf der Prioritätenliste gewesen. Ich denke da zum Beispiel an die sehr frühen Initiativen zwischen Deutschland und Frankreich, wo es auch möglich war, für die Franzosen eine starke Stimme gelten zu machen gegenüber den Deutschen, aber gleichzeitig auch schon Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre im Rahmen der deutsch-französischen Annäherung verurteilte, deutsche Kriegsverbrecher aus französischen Gefängnissen freizulassen, zu begnadigen, als Geste des guten Willens der Franzosen gegenüber Deutschland. Also da ist man in Griechenland zu der gleichen Zeit sehr weit von entfernt gewesen und hat diese Unterbeleuchtung vielleicht auch damit zu tun, dass es in Griechenland sehr lange gedauert hat, um eine gemeinsame Sprache für den Krieg zu finden, eine gemeinsame Einigungskultur, hinter der sich alle wiederfinden oder zumindest der größte Teil der Bevölkerung. Hier bestand natürlich, dass das Problem nicht nur auf der deutschen Seite sondern auch auf der griechischen Seite. Ja, also das ist, wenn also die, ich habe öfters auch geschrieben, also der, das Lieblingszitat der deutschen Diplomaten in Griechenland war eins von König Paul, der gesagt hat, im Bürgerkrieg gab es viel mehr griechische Opfer als unter der deutschen Besatzung. Und das war natürlich gefundenes Fressen dann also für die deutsche Diplomatie. Und dann war, muss man berücksichtigen, also dass, dass der Widerstand und die Opferorganisationen und so weiter, die hatten alle fast einen linken Background, wie man auf Neudeutsch sagt, und standen alle also mit einem Bein fast in der Illegalität. Ja, die kommunistische Partei war verboten und so weiter. Und deswegen, also Athen war die erste alliierte Hauptstadt und die einzige alliierte Hauptstadt, wo deutsche Diplomaten das Wort Bandenbekämpfung gebrauchen konnten. Ja, das hätten sie halt bestimmt in Frankreich nicht gewagt. Ja, weil die wären schon da so postwendend rausgeflogen als Persona non grata. und das war, also wenn man sagt, also die Griechen haben also als erste die Versöhnungshand den Deutschen ausgeschreckt, dann stimmt das zum Teil, ja, also einerseits natürlich die die Regierung, die jeweilige Regierung, ja, es waren alle Konservative, es waren alle Antikommunisten und zum Beispiel Papagos, also der Feldmarschall aus dem Bürgerkrieg, war der liebste deutsche KZ-Häftling, ja, denn der ist dann 1943 zusammen also mit vier anderen hohen Generälen nach Deutschland verschleppt worden, aber ins Prominenten KZ, ja, und hat dann auch später Memoiren geschrieben, Kriegsmemoiren, aber nur 4041, wo also ein offizieller Krieg zwischen zwei Armeen waren, wobei die beiden Seiten eine gewisse Ritterlichkeit bescheinigt haben, das waren also so, da konnte man eben leichter zur Versöhnung kommen, ja, und deswegen hat auch die interessante das ausführliche Amt, das befürwortet, dass die Memoiren von Papagos auf Deutsche scheinen und dass sich kein deutscher Verlag dafür interessiert hat, der musste natürlich bezahlt werden und also mit so und so viel Propien, Exemplare müssen also abgenommen werden. Da wurden zuerst mal 4000 Mark gegeben, da hat man gesehen, da kauft immer noch niemand, also die deutschen Papago Memoiren, nochmal 4000 Mark und so weiter und das war also so und der Ausführer Amt hat gesagt, na gut, wir haben ein bisschen Wiedergutmachung geleistet, ja, aber das waren die einzigen beiden Fällen, wo tatsächlich, also das waren die Papagos Memoiren und dann beim Adenauer Besuch, der erste Adenauer Besuch 1954 in Griechenland, der erste Besuch eines Kanzlers und in fast keinem anderen besetzten Land, mit Ausnahme der Großmächte, wo Adenauer dann als Mitsteller praktisch ankam, aber nicht als Besucher, war das also, es gibt die Bilder von Adenauer auf dem Maulesel in Santorini, weil er wollte eben nach dem Besuch, dem Staatsbesuch, dem Offiziellen, wollte er auch noch ein bisschen zusammen mit seiner Tochter Lotte vom übrigen Griechenland, vom touristischen Griechenland sehen. Und Santorini ist natürlich ein lecker Wissen und damals war es noch nicht überlaufen und da hat dann bei einem Besuch im Königshaus, das war noch vor Santorin, hat Adenauer dann seiner Tochter einen 50.000 Mark Scheck gegeben für Könige Friederike, die den nach Kalabrita weiterleiten sollte als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Witwen, die Witwen der Exekutierten vom 13. Dezember 1943. Und irgendwie ist das aber durchgesickert und niemand hat den Griechenland was von dem Scheck gehört. Und dann hat er dann irgendwie Friederike dann doch nochmal nachgesucht und so weiter und irgendwo ist das Scheck wieder aufgetaucht. Aber was dann mit der Summe passiert ist, das ist einer der schwarzen Löcher in der Zeitgeschichte und wo möglicherweise einer der jüngeren Generation das Rätsel lösen kann, was mit den 50.000 erschienen ist. Es gibt auch solche Sachen. Aber auf Santorin haben also der Adenauer immerhin also der Kanzler der also jahrelang das war der der vor der Frau Merkel am längsten Kanzler war. Und er war man hat ihm drei Gendarmen zu seiner Sicherheit mitgegeben. Während Frau Merkel hat 2011 oder 12 7000. Also man merkt doch dass da irgendwie mittlerweile was passiert ist. Weil die waren nicht nötig. er hat nicht nur er war durch die Regierung abgesichert, dass sie auch im Kalten Krieg auf der gleichen Front saßen, sondern auch gegenüber der Bevölkerung saßen. Also tatsächlich es gab also das ist überliefert, es gab also sehr viele anonyme Griechen, Santoriner und so weiter oder zwei Jahre später Präsident Heuss, der ebenfalls nach sieben Jahren am Zeit war zum ersten Mal von einem alliierten Land eingeladen worden. Das war also als ob wir irgendwie Lepra gehabt hätten und so weiter. Einen deutschen Präsidenten lädt man nicht ein. Das war also selbst Länder die Schweiz und so weiter die nicht immer waren die auch zum Teil kollaboriert hatten auf ihre Art. Also die griechische Wirtschaft hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch grundlegend gewandelt. Also die Entwicklung auch des Massentourismus ab den 60er Jahren und gleichzeitig die zahlreichen griechischen Gastarbeiter die nach Deutschland gegangen sind. Oft auch aus Familien die selber Gewalt von Deutschen am eigenen Leib erlebt haben während der Besatzungszeit. Also diese Entwicklung nach dem Krieg die hat ja dann auch noch mal die deutsch-griechischen Beziehungen auf eine ganz neue Basis gestellt. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie auch die Probleme für deutsche Touristen oder deutsche Reisende die sich in der Anfangszeit nach Kreta begeben wollten? Ja also zum Beispiel der erste einer der ersten Touristen war der Journalist der Reporter vom Stern und der ist dann nach Kreta geflogen und die Stewardess hat gefragt woher kommt sie Deutschland nach Kreta da sind ja ganz schön mutig ja also das war das hat er selber berichtet dann ja und tatsächlich war noch viele Jahre später war eben Kreta zusammen also mit den eindeutigen Opfergemeinden und so weiter auch außerhalb Kretas also und so weiter waren auf der No-Go Liste der deutschen Botschaft ja weil ich habe sehr viele Anfragen gefunden von möchte gern Touristen wir würden gern nach Griechenland fahren wir haben auch ein bisschen Altgriech gemacht und so weiter ist das sicher für uns und das war ist interessant dann auch die Antworten also zu die kamen dann auch wieder während der Herkunft Zeit das war dann aus anderen Gründen was ist mit Herkunft ja und da hat die Botschaft sich also nicht mit Ruhm bekleckert weil sie meinten also ja also die sie dürfen sich nicht also eine Schulklasse die wollte also nach auf eine griechische Insel ja Sivnos war das ja und da hat er sich angemeldet vor dem 21. April 67 schon ja und dann passierte eben was passierte und der Herr Pfauter also der Delegationsrat der auch während des Weltkriegs schon auf Kreta war auch in Griechenland war hat geantwortet also lassen Sie nicht beerdern was die deutsche Presse die so Sensationslüstern berichtet also hier in Griechenland es war nie so ruhig und friedlich wie jetzt ja während leider wir waren also vor dem Putsch bestand also die akute Gefahr des Bürgerkriegs während die besteht jetzt nicht ja also und andererseits gab es dann also auch Informationsaustausch und Schatz gab es damals noch nicht aber die haben die Eltern der Schüler untereinander diskutiert und immer mehr sind abgesprungen ja und zum Schluss waren es so wenig dass noch nicht mal die Bundesbahn Ermäßigungen für den Gruppen für den Gruppentarif also bekommen haben und zum Schluss hat das dann gescheitert ja aber es war immer in Griechenland ist es schön ruhig und auch der Botschafter Schlüter der so ganz nebenbei in den späten 30er Jahren mit Ribbentrop zusammen an der deutschen Botschaft in London saß und sich mit Ribbentrop sehr gut verstanden hatte ja netter Mann also ja kultiviert und so weiter ja und der meinte auch also wir dürfen nicht vergessen dass die hat nicht das Wort Putschisten gebraucht eben dass die die Revolutionäre ich glaube das ist eine Anführungszeichen gesetzt das Wort ja im Prinzip die Interessen Deutschlands und der ganzen freien Welt vertreten haben weil das war eben der der Bacillus der Virus der Corona gab es damals noch nicht der des Kommunismus ist eben gefährlich ja und da ist ist Schlimmeres verhütet worden und vor allem immer der das Gespenzen Bürgerkriegs ja also die war Griechenland stand vor dem Bürgerkrieg und eben nur durch den Herrn Papadopoulos sind die also vor dem Bürgerkrieg gerettet worden ja und im selben Sinn hat dann eben auch der griechische Botschafter in Bonn die selben Argumente ja das ist also ob die 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 großen Geister sich also begegnen oder ob einfach also die auch untereinander ausgetauscht haben und so weiter weil der Herr Kirusch der Botschafter war eben auch schon vor dem Putsch war ein Vertreter einer der bekanntesten rechtsradikalen Familien in Griechenland ja also man merkt in Ihrem Buch wie wie kompliziert dieses dieses Verhältnis ist aus meiner Sicht besonders an dem Kapitel über die Kranz Niederlegungen und die gemeinsamen beziehungsweise getrennten oder auf Einladung oder selbst eingeladenen Gedenkveranstaltungen und da spürt man wie schmal dieser Grad ist zwischen Provokation und ehrlich gemeintem Versöhnungsversuch und gleichzeitig auch wie wie wichtig es ist für für ein Opfer den Täter den Täter zu haben der seine Tat anerkennt und das ist dieses Kranz Niederlegungskapitel fand ich in der Hinsicht sehr beeindruckend weil es halt zeigt wie viele verschiedene Initiativen es auch gab auch von aus kirchlichen Milieus und zivilgesellschaftlichen Milieus und gleichzeitig ein sehr schmaler Grad also ich war damals auch 2018 muss das gewesen sein oder 2017 an der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Deutschen Soldatenfriedhof in Dionysos wo man auch getroffen genau da haben wir uns getroffen und wo man wo man spürt wie wie kompliziert es ist um dort auch den Dialog aufrecht zu halten und auch in der in der Erinnerung weiter zu kommen also ich ziehe immer gern das deutsch-französische Beispiel zu rate weil dort gibt es auch aus französischer Sicht dort sind andere sind andere Umstände und man ist da glaube ich in der in der gemeinsamen Aufarbeitung ein Stück weiter es gibt auch ein deutsch-französisches Geschichtsschulbuch und aber gleichzeitig habe ich das Gefühl in den deutsch-französischen Beziehungen hat Frankreich viel mehr das Bedürfnis Deutschland heutzutage einzubinden in Gedenkveranstaltungen zum ersten und zum zweiten Weltkrieg quasi in einer ganz anderen Herangehensweise an die Geschichte als etwas gemeinsam Erlebtes also auf Augenhöhe und in Griechenland ist das aus meiner Sicht radikal anders Ja das sind sehr viele Faktoren eben also sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite die das halt verzögert haben ja und durch diese Verzögerung und das große Entgegenkommen auf der griechischen Zeit auf Griechisch könnte man sagen die wurden praktisch im Glauben gelassen ist alles vergeben und verziehen beziehungsweise gibt es kaum was zu vergeben also was ist denn schon okay also mit den Juden ist leider passiert was und so weiter das war einfach dieses Millenniumsverbrechen das konnte man nicht verleugnen ja das war auch vor allem hat eine internationale Lobby und so weiter gehabt ja aber das ist auch also ich habe also die deutschen Akten also in einem anderen Zusammenhang mit einer anderen Publikation zum Holocaust-Serial die vier Folgen ja die also in Deutschland so leicht verkitscht also die den Deutschen näher gebracht haben also die diesen Genozid ja und dass sie den doch irgendwie akzeptieren mussten ja und da ist dann zum Beispiel auch ein bekannter begegnet an den selben Leuten auch in den deutschen Akten also das ist dann der der Herr Rumpf der der Chef-Experte im auswürdigen Amt für Reparationsfrage beziehungsweise Reparationsabwehr war ja und Reparation nicht nur Reparation im eigentlichen Sinne sondern alle Entschädigungszahlungen also auch zum Beispiel das berühmte richtigste Besatzungsdarlehen ja Besatzungskredit und da kamen also als die der Holocaust in den USA gespielt wurde also in den amerikanischen Fernsehsendern wurde das wurde das also im auswürdigen Amt sehr stark in Übereinstimmung also mit den diversen Auslandsbotschaften diskutiert was machen wir wir können es nicht vermeiden dass dieser Film oder diese Serie auch nach Europa kommt und auch nach Deutschland kommt und wir reagieren und die deutsche Botschaft in Washington hatte empfohlen am besten also wir machen eine Peace-Man-Politik also in dem Fall und wir unterstützen und um zu zeigen also das Deutschland von heute ist nicht dasselbe Deutschland wie damals und haben vorgeschlagen also die aus den deutschen Archiven die zum großen Teil den Alliierten bereits bekannt waren weil die haben wir erst mal 1945 da mitgenommen aber auch es gab eben auch Sachen noch die nicht bekannt waren ja und man möchte doch also dann die Organisatoren und die Teams die Kamerateams und so weiter und die Drehbuchschreiber also unterstützen durch Akten Material ja in diesen Sachen und der Herr Rumpf der wie gesagt also der dem er zum ersten Mal begegnet ist in einer Korrespondenz mit deutschen Botschaftern im Ausland als zum ersten Mal als Gespenst an der Friedenskonferenz auftaucht und deswegen im Zusammenhang mit diesem Gespenst und einer solchen Konferenz die Reparationsfrage wieder akut wird weil bekanntlich also nach dem Londoner Schuldenabkommen von 1953 hieß es also die Reparationsfrage wird zurückgestellt bis eine allgemeine Regelung gefunden wird oder vereinigt wird das ist natürlich eine ganz bewusst orakelhafte Formulierung also praktisch ich schulde dir Geld irgendwie eine Lösung finden sollten und so weiter dann also man bestimmt also dass der Schuldner praktisch selber mitbestimmt ja und der und da gibt es dieses schöne Zitat man soll schlafende Hunde nicht wecken die schlafenen Hunde sind also die diversen Ländern denen man schuldet und leider war Deutschland doch in ziemlich vielen Ländern einmarschiert ja im Zweiten Weltkrieg deswegen konnten dann auch gewisse Doktoranden dann also von dem einen Land Dänemark ins andere Land Griechenland überwechseln einen anderen Wechsel habe ich dann nicht mehr gemacht das war doch zu viel ja und diese mit den schlafenden Hunden nicht wecken derselbe Rumpf hat also an der einen ziemlich groben Brief an die Botschaft nach Washington geschrieben was soll der Blödsinn also wir bieten doch nicht eine Initiative und eine Aktion die gegen uns gerichtet sind beliefern nicht noch mit zusätzlichem belastenden Material wir wären doch schön blöd ja also und das ist also ist doch ziemlich erschütternd ja ja also und gerade im deutschen Kontext im deutsch-griechischen Kontext gibt es eben sehr viel weil eben wie gesagt ich habe vorhin gesagt die die deutschen Botschafter brauchten sich also keinen Zwang antun damals immerhin einige waren hatten also Parteibuch und so weiter und oder zwei Parteibücher erst NSDAP und nach CDU also rein zufällig und ein ein weiteres Kapitel was ich sehr interessant fand in ihrem Buch war das zu dem deutsch-griechischen Dreieck also die Beziehungen zwischen Griechenland und den beiden deutschen Staaten und man spürt das auch heute noch dass es zwischen Griechenland und der DDR ein besonderes Verhältnis gab zum Beispiel sieht man zum Teil noch alte Geschäfte Autoläden Autohändler die noch alte Badburg-Werbung führen oder verblasste Werbung für ostdeutsche Produkte kann man in alten Geschäften in manchen Straßen in Athen noch finden hat Griechenland da auch versucht da sich so ein bisschen zu positionieren zwischen dem Westen und dem Ostblock mit wechselnden Abschänden ja also interessant ist also dass zum Beispiel 1970 wenn ich mich richtig erinnere waren europäische Leichtathletik Meisterschaften in Athen und da hat also die DDR abgesahnt die Goldmedaillen ja zum Teil mit pharmazeutischen Nachhilfen und so weiter das wollen wir jetzt also nicht weiter leuchten aber es war die Zeit als die Griechen die DDR Hymne Hymne auferstanden aus Ruinen und so weiter fast auswendig gelernt haben weil die hatten wirklich so oft gehört und während eine bundesrepublikanische Mannschaft war eben nicht vertreten auch und aber ganz allgemein waren die Beziehungen also sehr eng nicht nur auf der linken Seite sondern auch allgemeiner weil man dachte gut also die sind die Bundesrepublik die muss die NATO Partner und so weiter die können also die 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 Obristen also da nicht rausschmeißen und so weiter aber die DDR hat also größeren Spielraum ja war so die Ansicht und auch sowohl davor und auch danach also ich habe selber zum Beispiel auch Kollegen Historiker die also zum Beispiel ein Stipendium in der DDR in Leipzig oder sonst wo bekommen haben da ein Politbüro Mitglied der KUKUE ein Fehlumschreiben angefertigt hatte ja und auf der anderen Seite Samarakis hatte also weltweit die höchste Auflage in der DDR eine Million über eine Million Exemplare seiner Bücher in der DDR in deutschen Ausgaben ja und natürlich dann die die Memoiren über die über die Erlass seine Rolle im Erlass von Stefano Sarafis und die das Buch über das Herz der Hölle Herz der Hölle war das KZ Haidari und so weiter die wurden alle auf Deutsch publiziert ja in der DDR natürlich nicht in der Bundesrepublik ja weil da kam man dann höchstens auf die Liste des Verfassungsschutz also ich habe Anfragen und Nachfragen und Vorladungen bekommen also vom Verfassungsschutz für alle Fälle ja und weil ich bin also dann Wehrmachtsoffiziere ehemalige hohe haben die immer noch Verbindungen hatten zum Verfassungsschutz und die haben gesagt da gibt es einen neugierigen Typen Fleischer heißt er in Berlin Vorsicht ja also und da fragen sie nach und ich habe das auch schriftlich und so weiter ja und ich weiß noch ich habe eine Vorladung vom Innensenat in Berlin bekommen der gar nicht weisungsberechtigt war weil in West-Berlin hat er nicht da war der Verfassungsschutz war nicht nicht handlungsberechtigt und ich komme rein und sehe einen Herrn sowieso also hat sogar einen Doktortitel gehabt und ich wusste immer noch nicht also was ich dachte das ist eventuell mit einer Staatsbürgerschaft Angelegenheit wegen Beihaltung der deutschen Staatsbürgerschaft wenn ich die und völlig aus dem Blauen kommt dann also der erhobene Zeigefinger Herr Fleischer ja Sie haben Argwohnen erregt das ist auch ein schönes Zitat das ich nie vergessen werde ach ich wo warum und so weiter und dann hieß es so und so und so ja die das war einfach wenn ich also auf der Spur von Kollaboratoren gewesen wäre hätte ich vermutlich keinen Argwohn erregt weil diverse Kollaboratoren der der Deutschen während des Weltkriegs der Papanau der also sehr Lasker Papanau der sehr involviert war im Holocaust aber auch andere hatten die deutsche Schutzmacht und sie haben eben die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten ja also zum Zeitpunkt wo also dann was weiß ich die die Hunterflüchtlinge aus Griechenland bestenfalls einen Fremdenpass erhalten haben also das sind alles keine Rubensblätter auch während der Hunterzeit und danach es kam natürlich dann auch die erfreulichen Fälle es gab also viele auch es waren also insbesondere auch das Goethe-Institut und Weißert damals und andere haben also eine sehr sehr positive Rolle gespielt und wurden deswegen aber auch oft direkt denunziert vom deutschen Botschafter ja gleichzeitig hatte Griechenland ja auch noch mit einem anderen Nachfolgestaat des ehemaligen Dritten Reichs zu tun nämlich mit Österreich und man erfährt ja in ihrem Buch auch dass eine bestimmte also eine gewisse Komponente der Streitkräfte der Wehrmacht auch österreichische Soldaten waren beziehungsweise auch Einheit die mit unter den Truppen waren die am meisten also die besonders viele Kriegsverbrechen hier begangen haben und das ist nochmal eine spannende Konstellation glaube ich wie Griechenland mit Österreich umgegangen ist beziehungsweise wie Österreich mit Griechenland umgegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg Ja die Österreicher ich bin ja auch Viertel Österreicher wenn man so sagen kann ja bin deswegen also sitz gewissermaßen auch ein bisschen im Glashaus aber die Österreicher waren tatsächlich also die Gewinner des Zweiten Weltkriegs also im Nachhinein ja und das lustig war also als die Österreicher auch Wiedergutmacht und Reparationen von der Bundesrepublik verlangten meinte Adenauer also die kriegen im höchsten Fall die Gebeine vom Adolf wenn wir sie finden ja und das ist zumindest kolkotiert das Zitat also nicht hundertprozentig aber doch ziemlich sicher ja und passt zu Adenauer und das war die das war also die die der das Bonbon der Alliierten für Österreich dass sie als erstes Opfer Hitlers anerkannt wurden ja und wenn man natürlich dann die damaligen Bilder und Reaktionen sieht vom Heldenplatz und alles hat man gesehen also die sehr viele Österreicher haben die Vergewaltigung sehr genossen ja und das war jetzt aber mit um auf Waldheim zurückzukommen der ich bin im Anfang meiner Studie also aus der Zeit wo die das Dokument also von Herrn Schneider auftaucht bin ich schon auf den Namen Waldheim gestoßen der an sich nicht so häufig ist also nicht weder Meier noch Müller noch Fleischer noch Schneider und ich hatte dann auch sehr viel oral history also Interviews gemacht und ich habe dann also zwei höhere Offiziere gefragt auf den Blick mal dieser Waldheim hat der was zu tun also mit dem mit dem Waldheim der jetzt Generalsekretär also in den Vereinten Nationen ist ja ja natürlich also das war das war der Herr mit der Stromlinienfigur der immer durch die diensteifrig durch die Flure marschiert ist und so weiter und sich angebietet hat und aber wir haben ihn öfter angeschrieben und er hat sich nie gemeldet weil er hat also in seinen allen Lebensläufen und Bewerbungen und sonst was hat er den privaten Zweiten Weltkrieg mit seiner Verbundung an der Ostfront Ende 1941 enden lassen ja und er schreibt in den Lebensläufen ja nachher war ich also nicht mehr fronttauglich und habe deswegen A meine Dissertation geschrieben eine mickige Dikertation glaube ich 130 Seiten und so weiter und zweitens geheiratet ja beide sehr lobenswert und was danach passiert ist also tatsächlich verschwiegen ja und das kam dann so scheibenweise salami scheibenweise eins nach dem anderen raus aber das wusste ich damals nicht als ich dann also zu meinem Doktorvater der sowieso unglücklich war für meine Wahl also zu Griechenland und gesagt hat es ist ja unbekannt ich würde gerne also über seine was er unterschrieben hat was er wusste und so weiter darüber was schreiben kleine artikel und so weiter damals hatte ich noch keine publikation außer irgendwelchen berliner zeitungen wo ich über die junta und das pseudonym geschrieben habe ja und der Herr Lob mein Doktorvater meinte also konzentrieren Sie sich mal auf eine Sache ja und lassen Sie den Wald sagen das interessiert wen interessiert das schon ja aber wie gesagt die Sache wurde spannend erst eben als bekannt wurde dass er das verschwiegen hat in seinen Curricula und das war aber nicht bekannt und dann als die 1985 dann die Sache durchsickerte in Wien dann hat sich plötzlich dann irgendjemand erinnert und da gibt es noch den Fleischer der sich behandelt und bin dann also interviewt worden gefragt worden und so weiter und dann auch in die Waldheim internationale historische Kommission zu Untersuchung der Kriegsvergangenheit des gewählten Präsidenten ja das was man sich nicht passiert es gibt keinen anderen Präsidentsfall ja und bin dann also dort kooptiert worden als Sachverständiger ja wobei auch interessant war dass wie die Österreicher reagiert haben ja dann dann hieß es also ja also natürlich die die internationale die historische kommission da ist wieder die die Judensysteme stecken dahinter ja und es gab also von den insgesamt sieben Mitgliedern also sechs Mitglieder nach Proports Erwägungen und ein historischer Experte waren also zwei Juden waren bekannt das war also einmal der Gerald Flemming der 1938 seine Familie rechtzeitig aus Baden emigriert nach England wo er dann also Germanistik studierte und dann wesentlich später dann auch so ein sehr gutes Buch über Hitler und The Final Solution also die Endlösung geschrieben hat aber Germanist war der andere war der Präsident der israelischen Militärhistoriker der war natürlich Jude und dann kam Waldheim ne das sind aber drei Juden in der Kommission dann haben alle nach den dritten Juden gesucht der Messerschmidt also der leitende Historiker im Militärgeschichten Forschungsamt der war zwar links aber offensichtlich kein Jude weil der hat in der Wehrmacht gedient als Offizier noch ja und konnte keiner sein und zwei waren ohnehin Beschwichtiger in dieser Kommission die für Waldheim praktisch gestimmt haben da gab es diesen merkwürdigen deutsch-griechischen Historiker das ist natürlich eine komische Mischung deutsch-griechisch und so weiter wieder deutsch oder griechisch und so und der Name Fleischer ist tatsächlich so ein bisschen suspekt in der Hinsicht also ich habe beim ersten Mal als ich im Telefon in New York war beim Kongress habe ich dann auch ein Telefonbuch damals gab es diese Dinge von New York durchgesucht da gibt es also 30 Seiten Fleischers und der Vorname ist dann meistens Samuel oder sowas also und deswegen dann auch in der Kommission also ich war ich bin dann nach Mitternacht angerufen worden einmal New York Times und einmal Washington Post Professor Fleischer he is speaking just a Christian are you Jewish und also direkt zum Thema ja und das habe ich so viel ich weiß nicht ja also man in Mitteleuropa so wenn man nach also es gab zwar Ahnenpässe in der Familie aber mehr als acht Generationen gehen die nicht zurück ja also wenn man lange sucht möglicherweise kommt dann eben auch wie Hitler in nein kam schreibt dann kommt immer ein Hütelein kommt raus und dann haben wir sich entschuldigt und habe ich gesagt wollen Sie nichts entschuldigen es ist ja rein es wäre möglich dem Namen nach und der Herkunft nach ja obwohl wir gesagt ich hatte Gott sei Dank oder leider keine Opfer steht das NS-Regime und aber das wieder die jüdische Weltverschwörung also zitiert wird allein das ist ein Grund für den Präsidenten zurückzutreten oder zurückgetreten zu werden ja dürfen wir zitieren gerne sage ich aber das ist diese als die Kommission ihren 202 Seiten Bericht abgeliefert hat hat die Krone Zeitung am nächsten Tag geschrieben die Kommission hat ein großes Problem die haben wollten zum Abschied Essen in ein koscheres Restaurant gehen haben aber keins gefunden ja also man kann man kann dazu sagen auch dass dieser Waldheim Report der wurde nie veröffentlicht ist das richtig das wurde der wurde blockiert vom Auswärtigen Amt vom österreichischen und wir und auch zum Teil von den zwei Semi Kollaboratoren von Teilteilen in der Kommission ja und aber sowohl der Präsident als auch zumindest fünf die Mitglieder haben wollten das unterstützen aber einfach die Regierung die schwarz-rote Regierung wollte den Koalitionsbruch nicht riskieren und ich habe dann auch über meine persönlichen Beziehungen zu Dänemark die ich hatte und weiter obwohl ich den Dänen untreu geworden bin ich habe auch zu meinem griechischen Thema habe ich die dänischen und schwedischen Akten ausgearbeitet auch ganz interessant weil es gab keine Großmacht Interesse wie von den Deutschen oder von den Engländern oder auch bei den Amerikanern wo die Sympathien im Voraus festgelegt sind und das ja vielleicht können wir noch ein Wort sagen zu einem der ersten Kapiteln und zwar das fand ich sehr interessant und ich glaube das ist auch sehr unbekannt heutzutage in Deutschland obwohl es damals eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und zwar das das Venizellos Bild in der deutschen öffentlichen Meinung also der Erste Weltkrieg Deutschland die Zwischenkriegszeit das wird in diesem Kapitel sehr spannende Art und Weise beschrieben auf basierend hauptsächlich auf Akten aus dem politischen Archiv des Auswärtigen Amtes und man spürt dass Venizellos ein Akteur auf Augenhöhe war der hat taktiert der hat die Leute vor sich hergetrieben außenpolitisch also Venizellos war einfach also irgendein Diplomat jener Periode hat gesagt das ist ein kolossaler Politiker der viel zu groß für sein Land ist er wollte sein Land ja vergrößern mit der kleinen Asien Offensive das hat dann nicht geklappt ja in den Balkankriegen hat es ja schon mal geklappt aber dann hat es eben irgendwann mal geht es dann auch nicht weiter wobei ja natürlich also die Venizellisten haben gesagt also das hätte geklappt wenn die Venizellisten an der Macht geblieben wären aber leider haben dann die Griechen sind umgefallen und haben die Königspartei gewählt woraufhin sie nicht mehr von den Engländern und Franzosen unterstützt würden die bis dahin zumindest die Engländer ihre Pläne gefördert haben ja also mit anderen Worten haben die Griechen falsch gewählt ja irgendwo sind nicht die deutschen Schulen aber Venizellus ist tatsächlich also man sieht dass also die 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 national konservative deutsche nationale Presse die hat also jubiliert als Venizellus die Wahlen verloren hat ja endlich und so weiter es war also im Nachhinein an einer Nebenfront aber an einer wichtigen Nebenfront ein wichtiges Gefecht gewonnen haben ja weil der König ist unser ja und das sind unsere Leute die also uns unterstützen und so weiter und gleichzeitig Venizellus galt eben das war das Fossil des ersten Weltkrieges die die Entente die Deutschland eingekreist hat und in den Krieg hineingezerrt hat wobei die Deutschen die wollten gar nicht und so weiter und sind dann durch den armen österreichischen Thronfolger dann also reingezogen worden und ähnliches ja und man kam an Clemason und an die Leute kamen nicht ran aber Venizellus na wir haben es ihm also gezeigt also das ist die Titelblätter und die Karikaturen und und alles sind also wirklich sehr sprechend also dieses Venizellus Verständnis und das Verhältnis zwischen den Griechen und Venizellus hat den Deutschen ja noch bis zum Zweiten Weltkrieg Kopfzerbrecht bereitet ich glaube es gab bei der Vorbereitung der Luftlande Operation auf Kreta diesen Bericht der deutschen Militär Spionage der gesagt hat die Griechen auf Kreta werden uns wahrscheinlich als Art Befreier empfangen weil das die Insel von dem großen Kreta ist die Insel von Venizellus und die Kreta werden froh sein wenn wir die Royalisten in der Insel verscheuchen ja da waren sie wahrscheinlich falsch informiert ja das ist bekannt ja und deswegen hat man sich dann auch bei nach verraten gefühlt ja die haben ja gar nicht geklatscht als verkamen sondern haben geschossen ja zum Teil mit Gewehren die 100 Jahre alt waren und die an der Wand hingen als Familienerbstück ja und es gab dann also die eine griechische Briefmarke die nach nach dem Weltkrieg die zeigt also so einen muskulösen griechischen kretischen Bauern mit einem riesen Felsbrocken der auf einen am Boden liegenden Fallschirmjäger einschlägt um ihn also keine andere Waffe hat woraufhin natürlich dann die deutsche Presse gesagt hat naja da sieht man die Griechen die Kreter haben das internationale Kriegsrecht nicht eingehalten man darf doch nicht mit Felsbrocken auf arme Eindringlinge einfach losschlagen und noch nicht mal die Form haben sie getragen hatten sie keine Zeit zu besorgen und anzuziehen also es ist völlig verschiedene Ausgangspositionen ja also das ihr buch wir zeigen das nochmal also das beinhaltet wirklich alle diese komplizierten Facetten die natürlich auch dadurch zu erklären sind dass es zwei sehr unterschiedliche Partner zwei sehr unterschiedliche Länder sind auch allein Größen von der Größe und von der Bevölkerung her vielleicht können wir damit zum Abschluss noch ein Wort zum Titel also Krieg und Nachkrieg also Nachkrieg als autonome Substanziv ist nicht so gebräuch Nachkriegszeit oder irgend sowas aber das hat sich tatsächlich überlagert in beiden Fällen also die ganzen nach Versailles wurde immer die Kriegsvergangenheit wer war mit uns wer war gegen uns und so weiter hat eben eine große Rolle gespielt und das ging dann bis wirklich bis in der bis zu Medexas Diktatur da gab es eine Zensur und da hat es dann nicht eine Rolle gespielt und dann nach dem zweiten Welt natürlich nochmal wieder die Vorkriegszeit Nachkriegszeit Kriegszeit hat sich alles also überlagert gegenseitig ja und natürlich auch die humanisieren der Kriegsverordnung ja ein Zitat drin was also typisch ist 1963 also ein knappes halbes Jahrhundert nach Ausbruch des ersten Weltkriegs hat der damalige deutsche Botschafter in Athen wurde gedrängt vom deutschen Honorarkonsul in Kreta der natürlich Venezialist war der nebenbei auch ein Freund vom alten Mitsotakis war und so weiter wurde gedrängt also das wäre doch eine gute Gelegenheit endlich mal einen Besuch von der deutschen Botschaft auf Kreta abzustatten und dabei auch das Grab und das Mausoleum und die Anlage und das ehemalige insbesondere das Grab also von Venezialus als Versöhnungsgäste zu besuchen ja und der Botschafter der ist richtig also ist außer sich ja das also abgelehnt und schüttet sein Herz aus gegenüber dem ausführlichen Amt sagt Venezialus das war der Mann der Griechenland in den Krieg gegen uns geführt hat wobei uns hat x-mal das Regime gewechselt ja Kaiserreich Weimarer Republik Nazi Periode Bundesrepublik ja ist immer noch gegen uns ja und nebenbei hat er auch eine fatale Rolle für die griechische Monarchie gespielt ja also aus zwei Gründen dürfen wir das also nicht machen also gleichzeitig merkt man natürlich auch wie wichtig die Geschichte im öffentlichen Diskurs ist wie die Geschichte benutzt wird für politische Zwecke und misstraucht wird und ich glaube ihr Buch ist da ein sehr gutes Gegenmittel für viele die sich informieren möchten und nicht falschen Ideen nachlaufen möchten also dieses Buch auf jeden Fall lesen das behandelt die Periode von dem Ende des ersten Weltkrieges eigentlich bis bis heute bis die Erinnerungspolitik und Einigungskultur zwischen Deutschland und Griechenland und vielleicht kann man dazu noch sagen um unsere deutschsprachigen Buchhandlungen in Athen zu unterstützen dass dieses Buch natürlich in allen drei deutschen Buchhandlungen sowohl bei Kolibri Notos und auch der deutschen Buchhandlung im Stadtzentrum erhältlich sind und kann man wirklich empfehlen für alle die sich für dieses Thema interessieren und das auch lesen möchten so das sieht so aus als dürfte ich mich jetzt wieder einschalten und die kriegen ein Prozent das gewinnt habe ich jetzt nicht verstanden die kriegen ein Prozent vom Gewinn nein also mal eine Ich möchte euch ganz herzlich danken für diesen wahnsinnig interessanten Abend an diesem Punkt noch einmal darauf aufmerksam machen zum Thema Venizellos werden wir am 10. Juni in der dritten Veranstaltung zu der Familie von Höslin zu sprechen kommen Hans Schlung von der Universität Kerkira wird über den Erwachsenen Anwalt und Politiker Konstantinos von Höslin sprechen der auch ein leidenschaftlicher Vertreter von Venizellos war es wird interessant wie er die Geschichte sieht und was wir zu diesem Punkt erfahren denn Konstantinos von Höslin war in seiner Jugendzeit über die die wir das letzte Mal gehört haben ein Vertreter der Republikaner also gar nicht auf der Seite des Königs wie dieser Unschwung passiert ist ist ja auch nicht uninteressant aber jetzt zu nochmals zu Hagen Fleischer ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag und Valentin für die richtigen Fragen denn es kommt ja solchen Dingen immer darauf an dass man die Fragen richtig stellt eine Sache möchte ich noch sagen die Arbeit von Hagen Fleischer die so auf beiden Seiten immer wieder auch zu Ausgleich geführt hat hat auch im Prinzip wie er was wie Valentin Schleiner schon am Anfang sagt ein Teil der Zeitgeschichte war hat auch im Prinzip zu den deutsch-griechischen Beziehungen zur positiven Entwicklung der deutsch-griechischen Beziehungen beigetragen und nicht umsonst wurde Hagen Fleischer im Jahr 2018 mit dem Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet ich war ich war bei dieser Preisverleihung anwesend und im letzten Jahr bekam er von der Eteria Elinon Syngrafeon den Preis für das beste Buch ich nehme an dass es um dieses Buch handelt oder nicht allgemein für mein Werk allgemein für das 2020 er also der griechische Schriftsteller verband was immerhin für den Ausländer und dann zum Teil für den Deutschen doch immerhin eine Elinon Syngrafeon haben eventuell nicht alle verstanden immerhin eine unglaublich ehrende Auszeichnung weil sie eben auch auf Initiativen der griechischen Seite kam die ja immer wieder mit in diesem Wechselspiel zwischen Deutsch Griechisch eine nicht ganz so starke Rolle gespielt hat spielen konnte weil sie auch zum Teil nicht so gut vertreten war von der griechischen Seite aber das ist jetzt nicht mein Urteil sondern nochmals ganz ganz herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Abend in 25 Jahren werde ich dann nicht mehr der Vorsitzende des Philadelphia Vereins sein aber ich hoffe dass man dann in der in der Chronik von Philadelphia nochmals einen Hinweis findet dass vor 50 Jahren Hagenfleischer bereits einen Vortrag zu diesem Thema gehalten hat ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend für alle die heute Abend teilgenommen haben Wiedersehen wieder schauen vielleicht komme ich dann auch mit dem Stock man kann es nie wissen Dankeschön Wiedersehen sehr schön sehr interessant Ich danke allen die Geduld aufgebracht haben War keine Geduld hätte ich Nee Okay Okay